Das ist eine sexwürdige Terrorgruppe und der Lehmann-Champion auf den letzten Jahren. Ja, alle Damen und Herren, willkommen zu ihr für uns Platten-Mitglieds. The King of Gay-Corn. Kommen Sie schon für uns auf der Gäste-Karte? Ja, Mr. Bruce, Mr. Bruce himself. Jetzt hier kommen Sie schon unsere Lieblingsplatten vor. Das ist hier, wenn man nicht ist, viele machen es nicht voll drauf.